Zu Weihnachten grüßen wir heute aus der Kirche in Sellenroth. Bevor unser Weihnachtsfilm anfängt, wollen wir noch ein paar persönliche Worte an Sie und an Euch richten und von hier aus grüßen. Ein paar Gedanken dazu, was zu Weihnachten eigentlich passiert. Alle Jahre wieder kommt das Christuskind auf die Erde nieder, wo wir Menschen sind. Steht auch mir zur Seite, still und unerkannt, dass es treu mich leite an der lieben Hand. Wir singen das Lied jedes Jahr. Es erzählt davon, dass zu Weihnachten etwas Unsichtbares geschieht. Kinder wissen das genau, oft besser als die Erwachsenen. Das fängt ja schon an mit dem Adventskalender. die Türchen oder Päckchen, bei denen der Inhalt erst nach und nach von einem Tag zum anderen zum Vorschein kommt. Das Geheimnisvolle. Und wie zu Weihnachten geschenkt wird, das gehört ja auch dazu. Die Geschenke werden nicht einfach mitgebracht, sondern sie kommen geheimnisvoll unter dem Weihnachtsbaum an. Unsere Weihnachtsbräuche machen das ganz richtig. Zu Weihnachten geht es um ein Geheimnis. Ein Geheimnis, das ist etwas anderes als ein Rätsel. Ein Rätsel kann man lösen, ein Geheimnis nicht. So ein Geheimnis ist die Geburt Jesu. Da ist eine obdachlose Familie in einem Stall. Man kann von außen nicht erkennen, was daran das Schöne ist. Nur einige Hirten konnten das sehen. Sie staunen. Wir erzählen die Geschichte neu. Alle Jahre wieder. Das Geheimnis, dass Gott Mensch geworden ist, bekommt bei uns eine Wohnung. Die Erkenntnis wächst, ich selbst gehöre in Gottes Geheimnis mit hinein. Wenn wir uns nicht zum Gottesdienst treffen können, dann werden wir doch aneinander denken. Die Gemeinde ist da. Sie betet und glaubt mit, auch wenn wir sie nicht sehen. Auch das ist ein Geheimnis. Wie die Kirche aus lebendigen Steinen aus uns gebaut ist. Das Schöne, was dann geschieht, kann nicht jeder sehen. Es ist ein Geheimnis. Und wir sind die, die es hüten. Ja, und mit dem Geheimnis zu Weihnachten geht es weiter. Die Hirten damals haben es erfahren. Zum ersten Mal haben sie das Gespür bekommen, wir sind angenommen von Gott und niemand blickt auf uns als die Untersten der Gesellschaft. und Maria, die stimmt ihnen zu. Ja, die macht universal das, was für die Hirten gällt und sagt, Gott liebt uns normale, einfache Menschen. Diese Botschaft tragen wir weiter, seit 2000 Jahren, in den Geschichten von Weihnachten. Da lebt sie. Und sie werden das nachher im Film sehen. Auch da wird es für uns spürbar und lebendig. Zu Weihnachten gehört auch das Geheimnis rund ums Wünschen und Schenken. Da werden Geschenke vorher heimlich gekauft. Schon im Oktober vielleicht schreiben die Kinder den Wunschzettel und dürfen sich etwas wünschen und das macht ihnen unglaubliche Freude, Vorfreude. Und dann gibt es auch den ein oder anderen Erwachsenen, der sich tatsächlich etwas wünscht. Meistens sind das ganz andere Wünsche als das, was sich Kinder zum Spielen wünschen. Der Klassiker ist, dass wir uns Frieden zu Weihnachten wünschen. Frieden, den transportieren wir ja auch mit dem Friedenslicht, das sie in der Kirche abholen können, das rund um die Welt geschickt wird, mit der Hoffnung, dass Frieden werde. Ich möchte vielleicht ein bisschen eine Vorstufe von Frieden erstmal wünschen, weil Friede, das ist so groß und weit und viel und tatsächlich nicht so leicht erreichbar. Aber ein Schritt dorthin, ist Versöhnung. Versöhnung, dass Menschen einander annehmen, so wie sie sind, mit den unterschiedlichen Meinungen, die wir haben, mit den unterschiedlichen Verhaltensweisen, die wir haben, dass ich, dich, Mensch, trotzdem ansehe, als eben einen Menschen, den Gott liebt, für den genau wie für mich Jesus auf die Erde gekommen ist, um uns die frohe Botschaft zu bringen, dass wir zusammengehören, dass wir miteinander Gottes Kinder sind. und mit dem Wunsch nach Frieden wollen wir jetzt uns einlassen auf die Geschichte von Weihnachten und die zeigen Ihnen unsere Kinder aus dem Kindergottesdienst. Viel Freude dabei! Frieden Amen. 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 Maria, Gott sei dir gnädig. Siehe, du wirst einen Sohn bekommen, den sollst du Jesus nennen und er wird ein König sein mit einem Reich, das nie aufhört. Aber wie kann das sein? Ich war noch nie mit einem Mann zusammen. Der Heilige Geist wird über dich kommen und Gottes Kraft wird dich verändern. Wenn das so ist, bin ich einverstanden. Darum wird dein Kind Gottes Sohn sein, denn siehe, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Josef, ich muss mit dir reden. Es ist etwas ganz Unglaubliches passiert. Maria, kein Problem. Ich höre dir zu. Ein Engel war bei mir. Was? Ja wirklich. Und er hat zu mir gesagt, dass ich Gottes Sohn zur Welt bringen soll. Ich fasse es nicht. Wie soll das gehen? Du weißt, ich war noch nie mit einem Mann zusammen. Aber der Engel hat gesagt, dass Gottes Geist für alle sorgen wird. Josef, aber was soll ich denn nur tun? Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Hilfst du mir? Ich wäre froh, wenn ich damit nicht alleine bin. Ich werde für dich da sein, egal was passiert. Danke Josef, ich verstehe es doch auch nicht. Aber wenn du mir hilfst, wird alles gut. Musik Hey Leute, kommt raus, hört zu, was euer Kaiser Augustus euch zu sagen hat. Kaiser Augustus befiehlt. Wieder eine Volkszählung. Alle Leute sollen in ihre Geburtsstadt gehen und sich dort bei den römischen Stadthaltern für eine Volkszählung eintragen lassen. Ja, die ganzen Tanzschuhe. Schlecht. Nicht erscheinen wird schwer bestraft. War doch erst vor einem Jahr. Maria, gut, dass du kommst. Wir müssen nach Bethlehem. Dort muss ich mich eintragen lassen zur Volkszählung. Was? Aber das Kind wird bald kommen. Ich weiß, es tut mir leid. Aber gegen den Befehl des Kaisers können wir nichts machen. Ich habe schon einen Esel besorgt, der kann unser Gepäck tragen. Wann müssen wir denn los? Bald wie möglich. Gut, bis morgen können wir soweit sein. Dann lasst uns alles vorbereiten und packen. Mal. 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 Na, ich bin müde. Es ist nicht mehr weit. Ja. Ja, stopp, 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 stopp. Nein, du passt nicht rein. Gott, hör auf. Du griffst hier. Es gibt keine Betten mehr wegen der Volkszählung und es bleibt nur noch der Stall. Aber ich bekomme bald ein Kind. Maria, wir haben es bis hierhin geschafft. Es wird schon gehen, glaube mir. Ich werde uns das irgendwie gemütlich machen. Ich weiß nicht, wie wir es sind. Ich weiß nicht, wie wir hier sind. Amen. Musik 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 Ja, eher Lämmchenkalbes, ja, beides ist das gleiche, fast. Ja, aber keine Ziegen kriegen oft Holz. Und was freust du denn ein? Was ist denn das da hinten? So was habe ich ja noch nie gesehen. Jetzt erkenne ich etwas, das ist ja ein Engel. Das ist mir ja ganz unheimlich. Fürchtet euch nicht, ich verkündige euch große Freude, denn für euch ist heute der Heiland, der Retter der Welt geboren. Für uns? Das muss ein Irrtum sein, wir sind nur hier. Er ist für die ganze Welt da, aber ihr solltet es als erstes erfahren. Ihr müsst zu dem Stall gehen, der ist hier ganz in der Nähe, dort seht ihr ein Zeichen. Ihr werdet ein Kind in Windeln finden. Das ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Was soll das bedeuten? Wir gehen mal nachsehen. Lassen wir uns die Ziegen in den Stall kriegen. Komm mal los. Lassen wir spike in die Ziegen in die Ziegen in die Ziegen. Amen. Aber nachdenklich macht mich das schon. Wieso sollen wir die Ersten sein? Wir sind auch ganz hart und kann darüber von uns wissen. Zu Glück ist es ja gar nicht so. Zu Glück scheint Gott an uns zu denken. Das wundert mich zwar, aber es muss wohl so sein. Ein Engel hat uns gesagt, dass dieses Kind in der Krippe der Retter der Welt sein soll. Ja, es ist Gottes Sohn. Das hat mir ein Engel gesagt. Warum wird er in einem Stall geboren? Das ist ja eine Botschaft von Gott. König David war doch auch einmal ein einfacher Wurzel. Josef und ich sind auch ganz normale Leute. Trotzdem hat Gott uns ausgewählt, seine Eltern zu weh zu sein. Will Gott dann mit uns sagen, dass wir einfachen Leute am meisten von ihm geliebt werden? Ja, so muss es wohl sein. Gott liebt die ganz einfachen Menschen. Ist das nicht eine riesige Freude? Ja, dafür wollen wir Gott loben. Wir wünschen euch ein schönes Weihnachtsfest. Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020